Du brauchst es gar nicht an. Fang damit an. Du hast da was trinken, wirst du raus. Du hast eine Dreiviertelstunde Zeit. Das ist mein großer Auftritt. Du hast eine halbe Stunde Zeit. Durch die Nacht. So schlecht ist das Lied? Oh meine Güte, ich bin Wahnsinn. Was? Hättet's mir das nicht so. Ja, und was muss ich machen? Alles verwenden, was da drin ist. So ist es. Hör jetzt ganz schön lauter drauf, bitte. Du bist eh beschäftigt. Oh, das ist ja schon schön. Das ist völlig weg. Bingeys. Ich brauche nicht mehr. Ich brauche nicht mehr. Ich brauche nicht mehr. Der ist der süß. Jetzt wir. Wieso? Ich hab mir doch mit der Mama oft nur zugeschaut. Kannst du mir das einstellen? Nicht oft genug! Das ist doch eine Verlängerung! Karin! Nein, dass du wieder zurückstimmst! Du hast doch ein bisschen Engkraft! Nein, nein! Das ist gut! Du trägst ja ein bisschen ein bisschen! Ja, aber das schaute die Puste aus! Es gehört ja anders! Das große gehört unten, Schatze! So! Nein, das gehört unten! Ja, so!